Hallo, herzlich willkommen zum 14. Video. 14. Video. Das heißt, wir haben bald Weihnachten in? 10 Tagen. Yay! 10 Tage. Ich kann ja nichts sehen mit der Brille. Heute mal wieder ein Video zu zweit. Ey, du brauchst nicht zu lange, ne? Ja. Nein, mach ruhig. Nein, mach das jetzt. Schluss. Oh! Das ist immer noch schuld. Einer meiner Lieblingsvideos heute. Grimassenziehen. Grimassenziehen. Kennt ihr das noch vom letzten Jahr? Wir haben das auch schon gemacht. Das hat euch anscheinend so gut gefallen, dass ihr gesagt habt, ihr wollt das noch wahr sehen. Okay, kein Ding. Bitte machen wir mal ein Grimassenvideo. Wie ich sage? Nein, ich möchte das Schokolade essen, bitte. Warte, und dann ist es los? Ja. Okay, los geht's. Das ist ja. Ich möchte das, was jetzt schon mal sehen. Ich möchte das noch mal sehen. Ich gehe mal auf. Ich gehe mal auf. Ich mache die Bestandes. Gut, wenn ich mir das jetzt noch mal sehen. Das ist ja. Ich gehe mal sehen. Und ich gehe mal sehen. Bis dann. Ich gehe mal sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war das Kramassenvideo für heute Ja, alles gerade auf Toilette, muss kackern Äh, ja, ich würde sagen Wir sehen uns einfach Morgen Bis dann